so willkommen zurück zu payday 2 wir machen jetzt nur mal eben kurz den teurer auto heißt also den k heißt auf normal und man sieht hier eindeutig schon wie wenig hier los ist ja heute ist der 23 also der moment der aufnahme so hoch so dann rein da guten tag so und schauen wir mal ob der mensch da ist er nicht ich hatte schon lange nicht mehr dass der mensch im kopierraum ist es ist keine besprechung da ist er auch nicht der raum ist offen das heißt am und so der mensch ist hier drin guten tag so hier ist ja echt keiner steven jordan steven jordan wo haben wir denn also hier ist er nicht da kommt eine wache jetzt ist die frage ob der typ unten ist die die Scheiße, das kann ich nicht lesen. Nein. Okay, der Typ ist definitiv unten. Zack. Dann gehen wir hoch aufs Dach. Auf die Rückseite. Hier ist keiner. Wie hieß die jetzt nochmal? Steven, irgendwer. Steven, irgendwer. Steven, irgendwer. Ja, bei mir ist nichts Interessantes passiert jetzt heute, wobei eigentlich schon. Wir haben jetzt ab heute bei uns in der Firma 3G, ich meine am Arbeitsplatz sowieso, ist jetzt gesetzlich so. Steve Jobs, Steven Jordan. Was ist sonst noch ein Steven? Boah, Barrages. Sondern auch für Besucher. Besucher, die ja bei uns jetzt in die Firma reinweilen, brauchen einen 3G-Nachweis. Und wir hatten eigentlich auch statt unserer jährlichen Weihnachtsfeier, hatten wir eine Art Weihnachtsmarkt geplant, um das alles, damit wir nicht alle drin sitzen, sondern das ein bisschen entzerren können auch noch. Ähm, aber das wurde jetzt heute seitens der Geschäftsführung auch abgesagt, wegen den Zahlen, weil die so hoch sind. Also aufgrund der aktuell gesetzlichen Lage hätte man das durchaus machen können, aber um ehrlich zu sein, finde ich persönlich das auch gut, dass man das jetzt abgesagt hat. So. So. Perfekt. So. Fertig. Ach, scheiß drauf, Digge. Super, mich hat gar keiner gesehen. Äh, ich möchte den blauen haben. Time to get noisy. Time to get noisy. Alter, drei Minuten dreißig. Ich sollte nicht so heizen. Hm. Aber das kann ganz schön in die Hose gehen. So. Ah. Perfekt. Boah. Wow, 40.000, das hat es jetzt richtig gebracht, ey. Egal. Da heißt es geschafft. Da heißt es durch, auch für alle Schwierigkeitsgraden. Eine Erklärung ins Video mache ich dazu auch noch. Ich bedanke mich für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios. Schoen. Ja. Dann. Vielen Dank.